PvP in Star Wars The Old Republic Taktik Guide Huttenball auf Nar Shaddaa Das Kriegsgebiet Huttenball in Nar Shaddaa gehört ebenfalls zu den drei ersten Kriegsgebieten, die man in Star Wars The Old Republic spielen konnte. Das Spielprinzip ist sehr einfach. In der Mitte ist ein Ball, den ihr über die Linie beim feindlichen Spawn tragen müsst. Aber Achtung! Passt auf die Fallen auf, denn die tun sehr weh. Zuallererst ist zu sagen, dass Alleingänge in 90% aller Fälle niemanden etwas bringen. Zusammenspiel innerhalb des Teams ist sehr wichtig, denn je besser ihr miteinander spielt anstatt gegeneinander, und ganz mal ehrlich, Zergen gehört zum Gegeneinander spielen, desto wahrscheinlicher wird der Sieg. Mit Zusammenspiel meine ich, dass die Gruppe zusammenhält und auf den Ballträger aufpasst. Heiler heilen den Träger, Tanks geben ihm Schutz und reduzieren den Schaden und die DDs sorgen im Idealfall dafür, dass die Gegner regelmäßig den Spawnpunkt besuchen. Im Huttenball auf Nar Shaddaa gibt es drei Möglichkeiten zu gewinnen. 1. Frieden durch überlegene Feuerkraft Hier dominiert ihr den Gegner vollkommen und macht 6 Punkte im Spiel. Dadurch wird es Girarder zu langweilig und erbricht das Spiel ab. 2. Überlegene Spiel Ihr habt mehr Punkte als das gegnerische Team nach Ablauf der Zeit. Und 3. Unterlegenes Team schündet Zeit Ihr schafft es nicht Punkte zu machen und es steht immer noch unentschieden? Sollte es unentschieden stehen, dann haltet einfach den Ball in eurem Team, denn das Team, welches den Ball hat, gewinnt. Und damit sind wir auch schon bei den Taktiken angekommen. Es ist kaum zu glauben, aber bei diesem Rugby-ähnlichem Spiel sind sogar unterschiedliche Taktiken möglich, den Ball über die gegnerische Linie zu bringen. Taktik 1 Der Klassiker Diese Taktik, falls man sie überhaupt so nennen kann, wird in fast allen Huttenballspielen angewendet. Ein Spieler holt sich den Ball in der Mitte und trägt diesen so weit wie möglich. Danach passt er dem anderen Spieler den Ball zu. Dieser Spieler trägt oder passt den Ball wieder weiter in der Hoffnung über die feindliche Linie zu kommen. Taktik 2 Die Schlange Wer schon mal viele Dinge über eine große Entfernung tragen musste, der kennt diese Taktik. Ihr baut eine Kette auf, die bis zum Metallgerüst an der Linie reicht. Ein Spieler steht in der Mitte am Ball, der nächste hinter der Giftpfeile und der letzte am oberen Punkt des Metallgerüsts zwischen den zwei Feuerfallen. Ihr gebt dann den Ball an den nächsten in der Kette weiter, bis der letzte Spieler den Ball über die Linie bringt. Die restlichen Spieler verteidigen die Kette oder springen im Notfall ein. Ein Vorteil dieser Taktik ist, dass der Ball immer in Bewegung ist und somit das Fokusen des Ballträgers erschwert wird. Ein großer Nachteil ist, wenn ein Spieler ausfällt, zerreißt sie und die sogenannte Flow kommt ins Stocken. Diese Taktik ist auch gegen Schubsen und Ziehen sehr anfällig, da man danach erst wieder seine Position einnehmen muss. Taktik 3. Häschen in der Grube. Ihr dominiert das Spiel, aber schafft es trotzdem nicht, den Ball ins Ziel zu bekommen, weil ihr ständig in die Fallen rennt oder vom Gerüst geworfen werdet? Dann ist diese Technik wohl eine Möglichkeit zu siegen. Zu dieser Taktik gibt es verschiedene Varianten, die ich kurz erläutere. Variante 1. Ein Spieler, idealerweise ein Tank, schnappt sich den Ball und läuft unter dem Gerüst, also in die Grube, bis zur Anhöhe vor. Ein zweiter Spieler, idealerweise ein Tarner, steht am Rand bereit, dem Ball entgegenzunehmen. Der Tank wirft also den Ball zum Tarner, der sich vorher sichtbar macht und dieser rennt hinter die feindliche Linie, um zu punkten. Der Vorteil dieser Variante ist, dass es nur zwei schwache Punkte gibt, die angreifbar sind, der erste und der zweite Ballträger. Ein Nachteil ist allerdings, dass der Weg für den ersten Ballträger sehr weit ist und damit der Gegner viel Zeit hat, Schaden zu fahren. Variante 2. Du bist ein Hüter oder Frontkämpfer, als Tank es gilt und wolltest schon immer mal den Ballträger sein? Dann bist du bei dieser Variante genau richtig. In dieser Häschen in der Grube Variante schnappst du dir den Ball und rennst wie gewohnt in die Grube entlang. Sobald ein Gegner auf dem Vorsprung auftaucht, springst du diesen an und rennst zur Linie, um zu punkten. Frontkämpfer können vorsorglich Stellung halten aktivieren, damit sie nicht wieder heruntergeschubst werden. Vorteil dieser Variante ist, dass es keine Fehler beim Passen des Balls gibt. Ein ganz großer Nachteil ist aber, dass man selbst von allen Seiten beschossen wird und der Alleingang dann meist mit einem Besuch beim eigenen Spawnpunkt endet. Variante 3. Wie bei den anderen Varianten schnappt sich ein Spieler den Ball und trägt ihn unter das Gerüst durch. Auf der anderen Seite, auf dem Vorsprung, steht ein Gelehrter und zieht den Ballträger mit seiner Ziehfähigkeit Rettung auf den Vorsprung. Überleben im Felde. Taktiken schön und gut, aber was bringt euch das, wenn ihr 20 mal sterbt? Dazu habe ich hier ein paar tolle Tipps zusammengestellt, die euch das Überleben erleichtern sollen. Auf dieser Karte gibt es natürlich wieder Power-Ups, die eure Überlebensfähigkeit steigern. Zur besseren Übersicht habe ich wieder Markierungen vorgenommen, wo die Power-Ups sich befinden. Grüne Punkte symbolisieren Heilung und bei den blauen Punkten befindet sich erhöhte Geschwindigkeit. Das Tolle am Huttenball sind die vielen Fallen. Sie dienen dem geübten PvP-Spieler als mächtige Waffe, als Hindernis oder zur Verlangsamung der gegnerischen Truppen. Feuerfallen eignen sich nicht nur um Grillpartys zu veranstalten, sondern auch um starke Gegner oder den Ballträger zu töten, falls ihr nicht genug Schaden fahren könnt. Frontkämpfer und Schattentanks können den Charakter zu sich ins Feuer ziehen und dabei zusehen, wie dieser hilflos verbrennt. Falls ihr befürchtet, der Feind könnte eurer listigen Falle entgehen, steht es euch natürlich noch frei, diesen zu stunnen. Revolverhelden können mit Beinschuss oder mit der Blendgranate den Gegner aus der Ferne lähmen, wenn dieser über dem Feuer steht. Je die Wächter und ganz besonders je die Hüter auf dem mittleren Baum geskillt, können den Feind mit Hilfe von Machtsprung auf der Falle anhalten und ihn in den Tod reißen. Beachtet bitte bei dieser Aktion, dass Gelehrte und Hexer mit Hilfe ihrer Machtbarriere unbeschadet auf der Falle herauskommen können. Die Giftfalle eignet sich nur bedingt zum Töten anderer Charaktere, da der Schaden weitaus geringer ist als bei der Feuerfalle. Im Gegenzug zum geringen Schaden verlangsamt die Giftgrube den Spieler und bietet dem gegnerischen Team somit mehr Zeit, den Ballträger unschädlich zu machen. Auch hier kann der Frontkämpfer und der Schattentank einen gegnerischen Spieler in das Gift ziehen und stunnen. Und die restlichen Tricks der anderen Klassen funktionieren natürlich auch noch. Hier müsst ihr bedenken, dass Gelehrte und Hexer mit Hilfe von Machttempo über oder durch die Falle rennen können. Saboteure, Revolverhelden, Schurken oder Scharfschützen können ihre Vorpreschenfähigkeit nutzen, um über das Becken zu springen. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise zum Ballverlust und der Neutralität des Balls. Verständlicherweise verliert ihr den Ball, wenn ihr getötet werdet oder wenn ihr den Ball zu einem anderen Spieler passt. Der Ball bleibt jedoch im Spiel. Entweder auf eurer Seite oder auf der Seite des Gegners. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten den Ball zu verlieren. Verschiedene Techniken von Tarnern, Gelehrten und Hexern oder Schatten und Attentäter führen bei ihrer Aktivierung zum Verlust und zur Neutralität des Balls. Der Ball spawnt dann wieder an seinem ursprünglichen Startplatz. Folgende Fähigkeiten führen zum Ballverlust. Tarnung, Machtbarriere und Phasengang. Ja, das war mein Huttenball-Tutorial auf Narschadal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch oder ein Abo dazu findet ihr hier unten drunter. Findet ihr meinen Avatar auf YouTube. Wenn ihr den einklickt, dann abonniert ihr mich. Da ist ein Link drauf gesetzt. Und hier an den Seiten, hier so muss ich machen, da oben findet ihr meine Quickstart Guide. Wenn ihr dieses Video zuerst geguckt habt, dann guckt doch vielleicht zuerst mal den Quickstart Guide. Und danach dieses Video im Quickstart Guide erzähle ich, was so die grundlegenden Sachen an PvP angeht. Unten drunter, dort findet ihr meinen Taktik Guide zum Alderanischen Bürgerkrieg, der auch vielleicht euch hilfreich ist zu überleben oder zu gewinnen. Ist mit Sicherheit auch interessant. Klickt also mal drauf. Ja, das war es dann auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns dann in einem anderen PvP-Video oder was auch immer ich gerade mache. Ich überlege mir, welches Tutorial ich jetzt als nächstes mache. Und wir sehen uns dann. Ciao.